Hallo Leute da draußen, hier ist der Einzelne Wanderer. Da sind wieder ganz viele tolle Themen heute draußen, irgendwelche Corona-Varianten und irgendwelche Reichsbürger. Aber da ich davon wahrscheinlich gesperrt werde, komisch fliege hier, habe ich mich heute mal auf Wirtschaft verlegt, mal was anderes. Und von daher gucken wir mal rein, was uns eventuell so erwartet. Und das ist relativ frisch hier. Prognose einer wirtschaftsweisen Bevölkerung muss ich auf Härten einstellen. Weil sowas in der Art hatten wir schon. Ich habe auch schon gesagt, dass ich das so sehe. Allein wegen der Inflationswirksamkeit vieler Gesetze, die jetzt kommen sollten. Und dann wollen wir mal gucken, was hier die Meinung von Experten ist. Experte ist immer so eine Geschichte. Ich habe auch gerade hier eine Expertin gesehen, die irgendwie an der Rente rumbasteln will. Ich sage immer, wenn wir das Geld nicht verschwenden würden die ganze Zeit, wäre auch genug für die Rente da. Das wäre so mein Ansatz. Gut, beweisen kann ich es natürlich nicht. Aber sei es drum. Schauen wir mal, was der Experte hier sagt. Und wer der überhaupt sein soll. Aus Sicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm können die Menschen in Deutschland nicht so schnell mit einer baldigen Verbesserung ihrer ökonomischen Lage rechnen. Politiker, sagt sie, würden sich scheuen, diese Wahrheit auszusprechen. Stattdessen glaubt sie, es kommt zu realen Einbußen. Ja klar. Also, sagt die Logik, ne? Meiner Ansicht nach. Es kann übrigens sein, dass die Grimm auch die mit der Rente ist, von der ich eben berichtet habe. Aber mal gucken. Die Menschen in Deutschland müssen sich nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm auf harte Zeiten einstellen. In der gegenwärtigen Stagnationsphase der deutschen Wirtschaft kommen es weniger darauf an, ob wir knapp über oder unter der Nulllinie liegen, sagt die Ökonomin, die dem Sachverständigen gerade der Bundesregierung angehört, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Fakt ist, in einer Phase mit sehr geringem und sogar negativen Wachstum müssen sich die Menschen auf Härten einstellen. Es kommt zu realen Einbußen. Das ist etwas, was wir seitdem, ich glaube, den, ja, also sagen wir es mal so, in krasser Form seit den 70er Jahren nicht mehr kennen, in richtig krasser Form. Gut, kann man auch darüber streiten, aber zumindest in den 70ern, Ölkrise und so weiter, war das erste Mal dieser Geist da, wir verlieren das Vertrauen ins Wirtschaftssystem. Es hatte davor immer gut funktioniert. Ja, wir hatten die goldenen 50er und 60er und dann kam dieser Hammer mit der Ölkrise und den ganzen Umwälzungen. Gut, es gab auch schwere Jahre danach, aber das war so ein Punkt, wo, glaube ich, das erste Mal die Leute verstanden haben, oh, geht nicht immer so golden weiter. Und ja, das kommt, glaube ich, in dieser Form jetzt wieder, dieser Effekt, dass man begreift, Ende Gelände, Ende der Fahnenstange, jetzt wird es düster. Und das, obwohl man uns natürlich versprochen hat, wir würden ein grünes Wirtschaftswunder bekommen. Das wären wir natürlich nicht. Weil, wenn wir ein grünes Wirtschaftswunder wollten, dann müssten wir im Prinzip Dinge tun, die so attraktiv sind, dass andere sie uns abkaufen würden. Das wäre innovativ. Ja, innovativ wäre es zum Beispiel, hochmoderne Atomkraftwerke zu bauen. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht der Freund davon. Ich möchte auch nicht, ich hätte auch kein gutes Gefühl, möglicherweise wäre das rein emotional, gebe ich ja zu. Aber ich hätte auch keine Lust, neben einem Atomkraftwerk zu wohnen, muss ich ehrlich zugeben. Aber technisch gesehen sind die super modern, super erforscht und weit mehr erforscht als Solarenergie oder sonst was. Über Solarenergie kann nichts passieren. Aber wir können uns ja nicht immer Angst machen vor der Kernkraft mit irgendwelchen Sonderfällen, wie ein uralt Atomkraftwerk 86, ja, nämlich Chernobyl oder eben Fukushima, was dann auch wieder andere Gründe hat. Von daher hat man uns hier sowieso bei der ganzen Entscheidung wahnsinnig Sand in die Augen gestreut. Also technisch innovativ und klimaneutral wären Atomkraftwerke. Möglicherweise bauen alle anderen welche deshalb. Bloß wir halt nicht. Wenn wir attraktiv sein wollten und vorbildlich und damit Geld machen wollten, dann müssten wir ein Produkt herstellen, was den Leuten nützt und wir den technischen Innovationsvorsprung hätten. Und jetzt kann man sagen, ja, Solarerfolgsgeschichte, tralala und so, ja, es mag sein, dass wir technisch gesehen da viel gemacht haben. Das will ich überhaupt nicht anzweifeln. Als ich Solarmodule verkauft habe, ja, allein was da für eine Entwicklung war damals mit Dünnschichtmodulen und so weiter, das will ich überhaupt nicht infrage stellen. Aber man muss ja die ökologischen Effekte dagegen rechnen. Und man muss auch die klimatische Zone entgegenrechnen. Und wenn ich eben einen Wald abholze für einen Windpark und ich die Sondermüllproblematik am Ende nicht in die Kette mit einrechne und die ökologischen Kosten dieser Waldrodung nicht mit einrechne, dann streue ich den Leuten Sand in die Augen. Umweltökonomisch ist das so. Umweltökonomisch musst du die Vorproduktion, die Produktion, die Nutzungsphase und die Abbauphase mit einrechnen in so eine Kette für einen vernünftigen, sag ich mal, Vergleichswert. Und das tut man hier nicht. Man streut den Leuten ständig Sand in die Augen. Von daher wird da das Wachstum nicht kommen. Denn wie viele Flächen willst du denn noch roden, um Windkraftwerke hinzustellen? Wie viele denn noch? Wie soll denn das gehen? Hart gesagt mal, ganz hart gesagt, wenn ich Atomkraftwerke baue und mit der Endlagerproblematik ein Problem habe, was ich übrigens auch nicht gut finde, dann kann ich es aber hart so machen. Dann baue ich mir auf ein paar Fußballfelder und ich glaube, ich glaube, Holland macht das so. Dann baue ich mir einfach einen riesigen Bunkerkomplex mit lauter Bleikammern. Da kommt das Zeug halt rein. Das ist einmal eine Fläche von ein paar Fußballfeldern. Dann wird das ordentlich zubetoniert. Da kann es auch ein Flugzeug drauf fallen lassen. Völlig egal. Und dann saßt die Maus. Und dann geht das auch. Also, das ist hier meiner Ansicht nach ganz viel mit Fake News gearbeitet worden. mit Propaganda, mit Ideologie und immer diesem Mythos von Kernkraft ist nicht sicher. Naja, alte Kernkraft hat Probleme gehabt, aber wir haben 70 Jahre geforscht. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn ich natürlich das absolute Restrisiko scheue, aber andererseits, wenn man mehrere Sicherungssysteme hat und ich glaube, Fukushima hatte das nicht so, kann man viel darüber diskutieren, aber meiner Ansicht nach mit Solar werden wir das wirtschaftssonderlich machen. Oder nicht nur. Sicherlich kann man damit auch was machen, aber seien wir auch realistisch. Wir müssen ja auch unsere Klimazone sehen. Und da bin ich wieder bei den Big Points. Wo macht es denn am meisten Sinn, in Solar zu investieren? Irgendwo im Süden in der Wüste. Oder, gut, man muss gucken, es gibt natürlich klimatische Grenzen oder Hitzegrenzen für die Module, aber vom Prinzip her im Süden würde ich doch bauen. das wäre doch sinnvoll. Man müsste hier irgendwelche Stromtrassen bauen und den Rest Europas sozusagen versorgen. Ich müsste das in vielen oder in mehreren Ländern machen. Ich müsste mehrere Trassen theoretisch haben, damit ich mich eben nicht in eine Abhängigkeit begebe wie von Russland damals und eben dann eine riesige Diversifikation habe und da müsste man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen außer regatrischen Energien machen. Also ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift an der Stelle, aber nur mal so viel zu grünes Wirtschaftswunder, so wird das nichts. Und wenn der Staat hier natürlich irgendwelche Werke anlockt, in denen er ihnen quasi, ich schwimme jetzt mal, ja, die Hälfte von dem sozusagen zahlt, was sie selber zahlen und das Subventionspolitik nennt, dann ist es einfach Einkaufen, dann sind wir aber nicht wettbewerbsfähig. Die Leute kommen dann nur hierher, weil sie so viel vom Staat bekommen und wenn das nicht mehr da ist, gehen sie wieder weg. Solche Effekte haben wir schon öfter gesehen und das ist auch Sozialismus. Es ist Sozialismus. Wir kaufen uns die Firmen dann ein, wir bezahlen die quasi dafür, dass sie bei uns dann produzieren. Das heißt doch nicht, dass wir wettbewerbsfähig sind und wir bringen uns natürlich auf Dauer in die Pleite rein. Wenn wir ständig die Steuermilliarden rauskloppen, ohne dass es ökonomisch sinnvoll ist, kann das nicht funktionieren. Also mal das mal ganz kurz anbei an dieser Stelle, wie ich das sehe. Gehen wir aber zum Text wieder zurück. Das ist eine große Herausforderung an der Transformationsphase, insbesondere politisch. Auch hier nochmal muss ich kurz reingreifen. Es wird oft so gesagt, ja gut, weil es nicht so ganz sauber mit der Entscheidung Atomkraft abzuschalten und so. Aber jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir das mal machen. Das ist dieses, jetzt sind sie halt da. Nee, so funktioniert das nicht, Freunde. Ihr könnt nicht mit Lügen und Fake News eine Entscheidung herbeifaken und dann so tun, als müsste man es einfach weitermachen, weil es war halt ein Fehler und es ist halt so gelaufen, müssen wir halt weiter mitleben. Das ist wie mit Corona, ne? Nee, so funktioniert es nicht. Weil jedes Mal geht der Bevölkerung ein Teil des politischen Vertrauens verloren. Und man kann nicht immer sagen, ja gut, jetzt haben wir ein bisschen rumgelogen, Klammer aufhalten, Fehler, Klammer zu, jetzt machen wir einfach weiter. Nee, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Irgendwann sagt der Bürger, ich traue denen überhaupt nicht mehr über den Weg. Du kannst nicht mal Politik dauerhaft mit Lügen machen. Das wird soziale Kosten hervorrufen. Sag ich mal ganz vorsichtig. Gut, wichtig ist mir, dass die Politik den Leuten rein Wein einschenkt und deutlich macht, der Umbruch der Wirtschaft zur Klimaneutralität kostet etwas, auch den einzelnen Bürger. Sagte Grimm und warf der Politik mangelnden Mut vor. Genau, wir wollen das doch alle so, also müssen wir auch ein bisschen zahlen. Ja, wir müssen halt ein bisschen Wohlstand, Einbuße haben. Wir sind ja die Guten. Das ist dieses Self-Sacrifice, ne? Wir opfern uns auch für die Welt. Und das ist dann die Vorbildfunktion, wo ich immer sage, wenn Leute mir das erzählen, nee, ist es nicht. Es ist kein Vorbild, wenn man sich aufopfert und selber kaputt macht. Dann sagen die anderen, Alter, ist der doof. So mache ich das nicht wie der. Sollte er mal machen, aber ich nicht. Ich möchte, dass es mir gut geht. Du wirst Wähler nicht für etwas überzeugen, wenn du ihnen sagst, das würde dich Wohlstand kosten. Du musst eine Win-Win-Situation haben. Du musst was davon haben, dass du Klimaschutz betreibst. Das müsste technische Innovation sein, die den Export stärkt, sag ich mal. und nicht Wohlstandsabbau. Gut. Fehlender Mut hat schon die Regierungszeit von Angela Merkel geprägt. Man geht immer nur so weit, wie man es dem Wähler verkaufen kann. Das geht mit der andere Regierung genauso weiter. Ja, natürlich. Die Kritik der Wirtschaftsweise, man schielt immer auf die nächste Wahl, bei der man abgestraft werden kann und traut sich nicht, das Notwendige zu tun. Und jetzt verspricht man in einem Umfang Fördermittel, in dem sich das nicht durchhalten lässt, auf Kosten des Handlungsspielraums zukünftiger Generationen. Ich muss noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich diese Transformation ohnehin für Schwachsinn halte. Und wenn ich wirklich an das CO2-Narrativ glaube, noch mal, Grenznutzen, investiere ich nicht in Deutschland. Ich investiere nur dann in Deutschland, wenn es hier einen positiven ökonomischen Effekt hat, den ich auch wieder verkaufen kann. Aber ich investiere nicht, um CO2 zu sparen in Deutschland. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich kein Heizungsgesetz in der Breitlein, sondern ich hätte die Atomkraftwerke laufen lassen. Das muss man hart sagen, auch wenn ich auch meine Kritik an der Atomkraft habe. Aber hart muss man sagen, wenn es um die CO2-Ersparnis gegangen wäre, dann hätte man diese Kraftwerke nicht abgeschaltet. Punkt. Das ist Fakt. Man lügt sich in die Tasche, wenn man das anders sieht. Es ging darum, die Ideologie der Grünen zu bedienen. Darum ging es. Nicht aber um CO2. Und damit sieht man, dass man uns hier Scheiß verkauft. Man versucht, uns das Licht zu führen. Es geht überhaupt nicht um Klimaschutz. Darum geht es gar nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Und das kann man da deutlich sehen. Was für den letzten Winter galt, gilt auch für diesen Winter. Ein Punkt, den Grimm aufgreift, war die Energieversorgung. Auch bei der Gasversorgung können es im Winter durchaus wieder eng werden. Trotzdem inzwischen bebauten Flüssiggasterminals. Es gibt auch Länder in Europa, die russisches Gas beziehen. Und wenn die Versorgung eingestellt würde, müssen wir zu Hilfe ein, sagte die Ökonomin. Wieso sind wir ständig für die anderen Länder verantwortlich? Die können doch selber auch eine Risikodiversifikation betreiben. Die können sich doch auch drum kümmern. Es kann doch nicht sein, dass wir Verantwortungsonkel für alle anderen spielen. Das gibt es doch gar nicht. Zu Kosten der eigenen Bevölkerung. Spinnt ihr oder was? Normalerweise muss ich sagen, erstmal meine Leute, sorry Jungs, aber wenn ihr da draußen das nicht gebacken gekriegt habt, euch selber zu versorgen, wenn wir was haben, können wir euch gerne was verkaufen und geben. Das ist ja kein Thema. Aber erstmal die eigenen Leute. Das wäre logisch. Na gut, was für den letzten Winter galt, gilt für diesen Winter auch. Und man kann hoffen, dass es wieder glimpflich abgeht. Idealerweise wäre die Bevölkerung eh nicht sensibilisiert wie im letzten Jahr und heizt dann auch Spaß. Aber genau, wir frieren den nächsten Winter für die Örepolitik. Die Gasspeicher gleichen Schwankungen beim Verbrauch aus und bilden damit ein Puppersystem für den Markt. Im Winter nehmen die Füllstände üblicherweise ab, nach dem Ende der Heizperiode wieder zu. Die Menge des in Speichern gelagerten Erdgases entspricht per 100- und Herrn Füllstand nach früheren Angaben der Bundesregierung etwa dem Verbrauch von zwei bis drei Durchschnittlichkeiten Wintermonaten. Auch einen Industriestrompreis bezeichnet sie als kontraproduktiv. Wenn man den Strompreis für die energieintensive Industrie senkt, dann steigt dort die Stromnachfrage, sagt sie. Damit werde Strom auf dem Markt für alle anderen teurer, deren Preise nicht gedeckelt sein. Das betrifft den Mittelstand und viele zukunftsorientierte Unternehmen, die eine Chance zu Deutschland darstellen. Von den Grünen und Teilen der SPD waren Submissionen für einen besonderen Industriestrompreis gefordert worden. Genau. Die Industrie kann durchlaufen und wir müssen dafür mehr zahlen. Also das Gerechtigkeitsempfinden ist auch wieder großartig. Man strampelt hier, weil man merkt, unsere Industrie geht ein und wenn wir das machen, dann fressen uns die Leute und dann spielt man mit solchen Sachen rum. Ich kann das auf der einen Seite natürlich verstehen, aber das ist natürlich der Wahnsinn. Man kriegt keine vernünftige Politik hin und versucht alles mit irgendwelchen Subventionen zu stoppen und diesen Kredit finanziert, teilt uns auf die Füße und die kommen als Kosten auch auf uns zu. Wir müssen das alles bezahlen. Unsere Kosten werden ständig steigen. Sie werden nie wieder sinken. Oder einen wesentlichen Teilnehmen nicht. Nicht bei der Energie die nächste Zeit. Gehe ich nicht davon aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Nach Ansicht von SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sollte es jedoch an Bedingungen für die begünstigsten Unternehmen geknüpft werden. Ja, ich ahne schon, was kommt. Dazu zählen etwa Investitionen in Effizienzmaßnahmen, erneuerbare Speicher oder Elektrolyseanlagen, sagt Miersch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit soll eine klimaneutrale Industrie ermöglicht werden. Ja, das heißt, wir teilen hier eine gute und eine schlechte Industrie. Das ist Sozialismus in Reinform. Du machst Klima, dann kriegst du was. Du nicht? Du hast eine Stahlindustrie? Dann verreckt doch. Uns doch egal. Diese Leute zerstören systematisch unser Land. Aber wir haben sie gelassen. Und wir haben sie gewählt. Muss man leider sagen. Also wer nicht auf dem Baum geschlafen hat, wusste, was kommt, wenn man diese Leute wählt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner haben wiederholt Vorweite gegen einen staatlich finanzierten Industriestrompreis geäußert. Wirtschaftsminister Robert Habeck fordert dagegen, dass Swinns für einige Jahre die Strompreise für energieintensive Betriebe subventioniert werden, weil die Industrie in anderen Ländern mit sehr viel geringeren Preisen arbeiten könnte. Das fällt euch ja früh auf, Jungs. Das fällt euch ja früh auf, dass das so ist. Meine Fresse, ey. Unglaublich. Also mit dieser Bagage da oben werden wir hier nichts auf die Kette kriegen. Das kann ich euch sagen. Gut, das war's für mich heute. Bitte teilt den Beitrag. Ich freue mich drauf. Kommt auf Twitter, auf Getter und so weiter. Ihr kennt das. Und auf bald. Gut. Gut. Vielen Dank.